so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play terraria together im part nummer 11 ja mit mir das ist kilo und mit du sagst man sie gesehen nein die mpc sind nicht hier weiß was jetzt habe ich auch keinen bock mehr auf das lp ich glaube ich spreche ab also die mpc sich durch die mpc sich ansagen muss macht mir dann aber einfach auch kein spaß mehr und ja kommen schwingen mal die spitzhacke junge ich habe die kaktus abgesenzt dem fall waren ich merke dass wir in der wüste angelangt was eigentlich ziemlich schade finde ist dass die entwicklung an terraria am ende ist also abgeschlossen wurde obwohl noch sehr viele möglichkeiten eigentlich mit dem spiel möglich sind was wie im dschungel ich hoffe es ist kein dschungel wie gesagt ich finde es eigentlich relativ schade dass die entwicklung daran beendet wurden und da kommt schon das erste dämonen auge kommen in die höhle kommen in die höhle hierher okay die höhle brauchst du doch nicht reinzukommen es wäre nice wenn du mir helfen könntest ja ich komme hier gerade nicht raus und da ist mein stein ist alle geil ja tut mir leid so leicht komme ich da nicht hin ich höre es nur hört sich ziemlich geil an so ich mache gleich mal einen richtigen boden rein nicht dass wir da öfters mal runterfallen schiff drücken drücken drücke schiff scheiße gesehen dazu der zum lieber herrscht abland geil nicht 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 ach geil die kommen jetzt auch nicht lang doch kommen wir da hoch da hoch ja und wie kommt es jetzt auf die andere seite da dann wird es bei mir ist es einfacher ja das sieht aber hässlich aus nach einer zeit deswegen macht man lieber so tun noch sind wir in der anfangsphase wir wollen ja nur map erkundung machen warte mal da hier ist eine höhle willst du rein noch nicht ich will eigentlich erst mal die landschaft hier gefunden dann sollte ich hier das Fäckelchen hin dass wir die Höhle auch wieder klären lassen die Höhle lassen die Höhle lassen die Höhle ich bin grad ziemlich tief gefallen etwas zu tief ich hab mir grad Fackeln gemacht so und das ist nö 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 verarschen nö 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 das stört jetzt nicht allzu stark dass das nur jetzt geht sie da es hat sich gefangen mein freund oh ehhähehä wir brauchen noch Platzformen also wenn ihr auf youtube auch mal Gebiete von Let's Playern sucht also wer was gemacht wer was macht oder so dann würd ich euch sehr empfehlen geht man Minecraft PvP wenn ihr Minecraft spielt weil das ist echt einer der besten gebiete die ich jemals gemacht habe also gesehen habe und auch gemacht hat der welt gespielt und auch in der letzten folge also wenn er jetzt plattgültig irgendwann kommt immer gearscht dann setzt sich mein mädchen über ein also ganz ehrlich da wollen uns ja die hause keine plattform ist was keine plattformen hin die habe ich jetzt vergessen die mann kommen mit dann eigentlich hier weg da müssen wir uns irgendwie verrecken lassen weil wir haben ja magic mirra geht noch nicht was meinst du mein blatt muss wissen kommt noch nicht so schlimm und facke nur eines ps glaube ich das ist ja 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 das ist was oder und 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 also habe ich jetzt an den angenehmeren rad muss ich ganz ehrlich sagen wo sie heute hier den vorsprung aber extrem weit guck mal nach rechts da ist aber nichts das ist ein kleiner bunker schade eigentlich welcher zum wies ich will man sich sehr scharf auf lebenskristalle also sagen haben wir ja ja ich habe so schon ganzen stack im inventar ja da sind wir angewandt glaube ich mal gucken ob das was gescheites ist hier sieht er nicht danach aus ja ist mit da unten aus geht es weiter fast gestorben ich glaube da ist nix oder so die brauchen wir nicht das bett wie geht es weiter ganz geil ja ich bleibe hier oben brauche wenn ich nicht runterfalle okay wir sind wir sind wir sind schon im tieferen gebiet noch nicht ganz tief aber wir sind schon im tieferen gebiet schützern wir kram jetzt weiter nach unten oder hier da wo ich bin weil hier ist nix leider nicht hier ist nix so ich muss erst mal wieder zurückkram er hat es geschehen alter hier ist da das und dreckiges ich habe hier hin und her gepackt weiter verarscht oder so gut jetzt geht's wieder da brennen uns unsere wege goodbye macht's gut zum glück sind wir beide in der blauen party da haben wir auch mal vor der ausnahme dran gedacht genau wir haben mal weltklasse für uns das ist wie versprechend aus da schauen wir jetzt da schmeich jetzt einfach mal vorbei das ist gelettet und zombies haben nichts dagegen nur wenn ich es auch egal das eisen die silber selber ist dort ich habe gerade ganz drauf geachtet mit welchem mikrofon ich wieder aufnehmen ich hoffe es geht nicht schief ob du hast es doch zu dingen deaktiviert oder ich hoffe ich hoffe ich habe es gemacht was jetzt ganz bitter wäre das wichtig der teil hat geklingelt oh gott ich bin grad irgendwie voll daran nachzudenken ob der wirklich das richtige mikro auf nimmt das er nämlich richtig scheiße wenn dann die zwei folgen wieder im eimer werden ja da müssen sie sich dann es darf man ja genau müssen muss man sich mal dran gewöhnen besonders bei mir zumindest an dem oh hier ist auch silber hat das selber nehmen wir noch mit da würde ich sagen machen aber ich würde eigentlich ich würde eigentlich gern noch mal runde aufnehmen weil wir jetzt hier in dieser höhe sind das wäre ärgerlich wann soll ich das hochladen ich habe nicht mehr so viel zeit ja dann muss ich halt entscheiden wenn man noch noch und aus wie du halt willst also ich muss nicht aber ich wird halt ungern aus dieser höhe weil wir kommen ja jetzt auch ungern raus wo ich das gerade gefunden habe okay würde ich sagen wir machen im nächsten part weiter und dann sage ich bis zum nächsten mal genau genau tschüss bis dann 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 Vielen Dank.